Mein Dienstag in ORF1. Es funkt gewaltig. Du schaust aus, als hätte ich da blitz gelaufen. Mir hört's da nicht. Sie sind ja gar nicht schwul. Das war jetzt wirklich elementar. Mach da keinen großen Film draus. Was treibt's denn hier da? Drei Fälle, die unter die Haut gehen. Ich steh auf sowas. I do, I do. Dienstag ab 20.15 Uhr. Schnell ermittelt. Vier Frauen und ein Todesfall. Und der letzte Bulle. Heute in ORF1. Bleibt alle stehen, alle halten den Atem an. Comedy und Kabarett mit Lukas Resetarets. Bild ab. Erst im Teamwork. Na, so ein Pech aber auch. Und dann im Soloprogramm. Tierliebe ist Füttern und Naturliebe ist Rasen machen. So schaut's aus. Doppelter Auftritt, ungeteilte Aufmerksamkeit. Also, eine hundertprozentige Trefferquote. Heute ab 22.05 Uhr. Was gibt es Neues? Und Lukas Resetarets Rückspiegel. Scharf, scharf, scharf. Ja, scharf. Es könnte noch schärfer sein, Majestät. Was? Um den ORF in HD empfangen zu können, brauchen wir jetzt noch einen HD Receiver. Die ORF-Digital-Smartcard. Und ein sogenanntes HD-MI-Kabel. Was denn? Bitte sehr, Majestät. Ja? Scharf. Scharf auf ORF HD? Fernsehen wie der Kaiser. Geniessen Sie Ihre ORF-Programme ohne Zusatzkosten in High Definition. Infos unter hd-offensive.at Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so.